Und wie auf Stichwort, hier kommt der Sheriff. Okay, Freunde. Spaß ist vorbei. Hört mit raus. Also, wieso denkt ihr, ihr dürft in meine Stadt kommen und Ärger machen? Ihr erschreckt ja all diese netten Menschen. Habt ihr denn wirklich nichts Besseres zu tun? Als in Billsharps stattzukommen und eure Ärsche hier hin zu pflanschen? Was machen Sie denn mit unserem Sheriff? Jetzt können Sie den Marshal holen. Wollen wir drinnen warten? Können wir nicht einfach weg? Nach dir. Schieb den Pferdewagen auf die Straße gegenüber vor dem Saloon. Ich will sechs Männer und sechs Gewehre dahinter haben. Ich will zwei Männer und zwei Gewehre da oben auf dem Dach und zwei Männer und zwei Gewehre auf dem. Alle Läufe zielen auf die Saloon-Tür. Und vielleicht kann jemand den armen Bill von der verdammten Straße glauben. Ihr da im Saloon. Es zielen 100 Gewehre auf jedem Fluchtweg aus dem Gebäude. Ihr habt eine Chance, da lebend rauszukommen. Du und dein Nigger kommen jetzt sofort mit erhobenen Händen raus. Und ich meine jetzt sofort. Habe ich das Vergnügen, das Wort an den Marshal zu richten? Ja, genau. Ich bin US Marshal Gil Tatum. Na wunderbar, Marshal. Ich habe mich all meiner Waffen entledigt. Und genau wie Sie es uns nahegelegt haben, bin ich bereit, aus dem Saloon herauszutreten. Mit meinen Händen hoch über den Kopf gehoben. Ich nehme an, ich werde als Repräsentant des Strafverfolgungssystems der Vereinigten Staaten von Amerika nicht einfach auf offener Straße niedergeschossen. Weder von Ihnen noch von Ihren Hilfsmarschals. Bevor ich eine faire Verhandlung hatte. Du meinst so wie du, unseren Sheriff? Abgeknallt wie ein räudigen Hund? Ja, das ist haargenau, was ich meine. Habe ich Ihr Wort als Gesetzesmann, dass keiner hier mich abknallt wie einen räudigen Hund? Naja, obwohl es uns allen ganz gehörig in den Fingern juckt, bringt in meiner Stadt keiner den Henker um sein Vergnügen. Finde ich gut, Marshal. Also, wir kommen. Die da draußen sind ein bisschen angespannt. Also, macht keine plötzlichen Bewegungen und überlass mir das Reden. Kommt her. Unbewaffnet? Ja, sind wir in der Tat. Marshal Tatum, darf ich Ihnen und Ihren Hilfsmarschals und den versammelten Einwohnern von Dortwy die Hintergründe dieses Vorfalls erklären? Ich höre. Mein Name ist Dr. King Schulz. Wie Sie selbst, Marshal, stehe auch ich im Dienste des Gesetzes. Der Mann, der da tot im Staub liegt, den die braven Bürger von Dortwy für geeignet hätten, ihn zum Sheriff zu wählen, bekannt unter dem Namen Bill Sharp, ist eigentlich ein gesuchter Gesetzloser mit dem Namen Willard Peck. Mit einem Kopfgeld in Höhe von 200 Dollar. Wohlgemerkt, 200 Dollar tot oder lebendig. Du kannst viel erzählen. Ich bin mir bewusst, dass das vermutlich verstörende Neuigkeiten sind. Aber ich möchte darauf wetten, der Mann wurde Herr Sheriff irgendwann im Laufe der letzten zwei Jahre. Ich weiß es deswegen, weil vor drei Jahren Stahler Rinder von der B.C. Corrigan Cattle Company in Lubbock, Texas. Und dies hier ist ein Haftbefehl, ausgestellt von Bezirksgerichtsrichter Henry Allen Laudermilk in Austin, Texas. Ich rege an, ihm zu kabeln. Er wird bestätigen, wer ich bin und wer Ihr lieber verblichener Sheriff war. Mit anderen Worten, Marshal. Sie schulden mir 200 Dollar. Ich rege mich am Arsch.